Hey there und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit A Link To The Past Multi-World Randomized mit dabei. Chaos Sonic X9 dachte sich der jetzt noch auszuschauen fungiert, der bei sich mal kurz ne Pause gehen muss, weil gerade keine Items in der Nähe liegen. Leider. Hm, aber es musste auch mal passieren. Genauso wie bei mir. Ich muss nämlich sofort drehen, ob jede Menge an Items kommt. Nicht, dass es da einen Items Stau gibt. Ich habe nur einen Schlüssel. Shit. So. Gut, dann wollen wir doch mal gucken. Wow. Einen grossen Schlüssel habe ich sogar. Sehr gut. Au. Das ist der Alpzyklopen. Ich hasse diese Bimos. Ich bin mir gerade unsicher, was ich als Hilfs-Item haben will. So. So. Du fliegst mir nicht davon. Ähm. Ja, das ist der scheiß Raum. Ich habe noch einen Herz-Container für dich. Mhm. Da bin ich bei drei. Da komme ich noch nicht ran. Dann muss ich die, den Schalter erstmal umlegen. Rot und blau. Was haben wir hier? Nix. So. Komm her. Ähm. Ich gehe hier durch. Dann gucke ich erstmal, was ist... Hier brauche ich einen Schlüssel. Den spare ich mir noch. So. Du bist kaputt. Ähm. Dann hier durch. Au. Okay. Der ist da oben. So. Ähm. Hier haben wir einen Teleport. Der bringt mich irgendwo hin. Shit. Wollte ich eigentlich nicht. Du hast noch eine zweite Chance. Da ist ja noch eine. Okay. Komm. So. Nerv nicht. Und noch einer. So. Ich will die andere auf jeden Fall auch haben. So. Wunderbar. Übrigens können die Dinger keine Treppen hoch. Japp. Moment. Ist da was? Magie! ... ... ... ... ... ... Das wird der Knaumsrecht. Pixel. So, du gehst mal bitte kaputt. Na, endlich. Au. Au. So. Ah, hier durch. Haben wir hier eine Truhe? Irgendwas cooles? Ja, Schmerzen. Schmerzen sind aber nicht cool. Warum habe ich das bejaht? Wahrscheinlich habe ich es nur bejaht, weil ich gefragt habe, ob wir hier irgendwas haben. Ja, natürlich haben wir das. Schmerzen. So. Ähm. Warum auch immer ich da nicht hochgehen durfte. Wieder der eine berühmte Pixel, der einfach mal wie eine unsichtbare Maure ist. Jupp. So. Und noch mehr Geld. Weil ich es ja so unbedingt brauche. Ja. Ähm. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Für den unteren. Au. Ähm. Wahrscheinlich muss ich da gleich irgendwo den Schaltermau... Warum konnte ich da wieder nicht lang? Ja, weil das eine Leute Pixel ist. Ey. Ich weiß schon, warum ich Pixel nicht mag. Ja, die sind so pixelig. So. Zack. Da haben wir nix. Gut. Dann durch die nächste Tür. Und... Oh, ist das hellgerade. Uah. Das ist ja kaum geboren. So, zack. Ähm. Au. Da hinten habe ich noch so einen Schalter. Geh kaputt. Ich gucke erstmal, bevor ich den umlege. Ja, muss ich. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier aber auch gleich den Boss. Ja. Sofern der Boss nicht der Arcus ist, ist gut. Kann halt leider leicht passieren. So, da drüben ist nichts mehr. Gut, dann wollen wir mal. Okay, wer ist es? Oh, er wieder. Ach, der ist schon wieder. Wenn der mit dem Lichtpfeil jetzt noch sehr genau treffen würde, dann wären sie sogar One-Shot. Er muss sie halt gleich beim Spawnen erwischen. Oder beim Einbotteln. Also, wieder eintauchen. Ich habe so viele Pfeile, also. Ich versuche das jetzt mal so. So, den zweiten hast du auch erwischt. Boah. Uh, das war knapp. In den Nacken. Für dich. Und jetzt Teil. Ah. Und das für ein blaues Pendant. Das ist wieder so ein Schmerz im Arsch, den ich habe. Ja. Aber ich kann hier noch weitermachen. Ich habe ja diese eine Tür nicht... mir nicht angesehen. Ach, ich sehe gerade, das Herz hat mir sogar ein Extraherz gegeben. Sehr gut. Ich bin bei 14. Sehr schön. Gleich viel. Ich glaube, du hast das Grün auch. Fährt jetzt bei dir nur noch das Rote? Ja. Ja. Aha. Aber ich weiss nicht mehr, was bei dir bei Master Schwert war. Ich auch nicht. Weil ich habe es vergessen. Ich auch. Ich weiss nur, bei mir waren es die Silberpfeile. Oder einfach irgendein Bogen. Da ich jetzt den einen Bogen schon habe, sind es halt die Silberpfeile. So, kein Bock mehr. Ja. Wenn man es schon mit Silberpfeilen tun kann, dann macht man es auch mit Silberpfeile. Das war jetzt aus, als ob er sich mit seiner eigenen Bombe in die Luft gejagt hat. Hm. So. Vielleicht hat er das auch. Er hat sich gedacht, nein, du besiegst mich nicht, denn ich besiege mich selber. Ich entscheide, wann ich tot bin. Und das bist nicht du, denn ich mache es noch selbst. Kann ich? Nein. Ach, schön. Ja. Geh, wir erst mal hier unten. Ich. Zack. Au. Interessant, dass sie durch ihre eigene Bombe nicht sterben. So. Komm her. Und zack. Jetzt noch du. Wenn ich halt noch wüsse, wie viele Rubine ich jetzt mir noch holen könnte. Zack. Wieder brauchst du noch einen Rubine eigentlich. Äh, nicht Rubine, Schlüssel. Ah, Schlüssel. Okay, hier sind... Doch, ich wusste es doch. Na, komm. Hallo. Wo seid ihr? Da seid ihr. Einer fehlt hier. Und jetzt die Fackel alle schnell anzünden. Zack. Ja, komm. Oh, ihr seid doch fair. Ich habe euch nicht ohne Grund gerade kaputt gemacht. Ja, die kommen immer wie... Ey, wie mies. Na, komm, mach hin. Ich will heute noch hier weitermachen. Ja. Hallo. Ja, ja, go to the next room. Mhm. Leck mich. Unnötig. Ich warte jetzt einfach, bis das Ding wiederkommt. Weil ich will meine Feen, die ich in der Flasche habe, nicht verschwenden. Wobei... Ach, komm. Du willst mich doch verarschen, ey. Ja. Was soll denn? Ja, hier käme ich jetzt schon nicht mehr weiter. Wir müssen halt irgendwo den Schalter umlegen, dass wir die roten oben haben, die blauen unten. Aber wo ist der Schalter? Ja, wir haben ja noch ein paar Räume, die ich mir ansehen kann. Ja. Ja. Ich würde auch... Ja. 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 Die ist, ja. Ich愿.. Ja. Ja. wirst schlau den schlüssel da rein zu machen oder das wäre nur der lange rum wo ich gerade eben war er einfach den weg zurück den du gekommen bist sich da noch um irgendwie landiert ruhe da unbedingt daran in der hoffnung dass die uns weiterhilft da käme ich dann ja da käme ich in den raum rein da ist auch noch ein das war schon eine große truhe jetzt komme ich aber wenigstens an die truhe daran und skal was gewesen denke ich mir mal aktualisiert dann wüsst du nicht wie viele truhen du hast eine karte für ganons tower für dich ach scheiße da könnten wir jetzt wenn es die noch nicht aktualisiert oder wären wir jetzt wahrscheinlich bei 6 truhen ich soll dann gleich noch mal ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit mach das trifft doch so komm her ja jetzt hat es aktualisiert 6 von 8 das heißt du hast noch 2 truhen ok da unten kann ich da hier links rechts kann ich noch durch ich bin schneller als du haha was haben wir hier magie das ist die nummer 7 ein kompass das ist die nummer 7 ein kompass das ist der nummer 8 das ist auf der höhe ok das ist dann dadurch ich glaube ich habe nicht in dem raum wo die botenplatten war ich könnte mich leise erinnern dass es vielleicht wenn die botenplatten alle weg sind dass da vielleicht dann in den oberen raum kommt ja ich habe leider vergessen wo dieser raum war ich habe leider auch also da auch schon mal nicht dann ist er weiter unten wie kann man jetzt in diesen dunklen raum dann muss ich da unten lang bei der unteren türe shit so du kannst mich mal in ruhe lassen die hatten nein auch nicht alles klar interessant abgewehrt wenn es nicht dort ist müssen wir ein guide holen ja ich war ich bin da oben gar nicht lang gegangen ja wir warten jetzt hier erstmal und mir passiert ja hier nix ja und durch das schild können nicht einmal die kugeln was ja ansonsten wäre das ein ziemlich fieser raum na komm mach fertig hier das ist jetzt nicht wahr alles gut ja da ist die truhe wow fünf extra bomben aber gut mit dem meyer ist damit jetzt fertig na ja das sind alle drohen weg und der post ist ja auch besiegt toll das hat sich ja gelohnt ja worte genau sagen soll jetzt ist die frage was kann ich machen mit dem boss kann das darf beim swamp palace die große truhe an das war es dann auch welcher war jetzt noch der swamp palace vergessen wo der swamp palace war der war unten nach der wasser der wasser nennen sie hier einfach aus irgendeinem grund swamp palace danke normalerweise sollte man nicht zurück teleportiert werden wenn man darin stehen bleibt nur wenn man wieder rein geht ja wie auch immer ich würde mal sagen ich beende den partner an der stelle das war euer kern immer jetzt let's play ok es ist schon wieder passiert a link to the past es wird aus sony x9 80 multivolt und so together randomized bis zum nächsten mal tschau tschau tschau